Hier ist der Rocker Musik, hier und unser Kapitän, Boris Böker! Wir haben eine 14-tägige Reise hinter uns gebracht, 1.958 Seemeilen hinter uns, das sind ungefähr 3.626 Kilometer, also eine ganze Distanz hinter uns gebracht, haben in diesen 14 Tagen elf karibische Perlen eingesammelt, elf karibische Inseln besucht und das bei herrlichstem Wetter eigentlich, bei recht wenig Wind und eine richtig schöne Reise hier in der Karibika. Und wie kann man sich natürlich standesgemäß verabschieden, wie machen wir das immer von jedem Hafen, mit unseren drei langen Töten natürlich auf den Püfern und das wollen wir heute natürlich nochmal machen. Und letztes Mal durftest du ja, aber es war nicht so erfolgreich, um zu trinken, da habe ich heute auch nichts geklickt, deswegen mache ich das heute selber, oder? Dann klappt es vielleicht auch, diesmal. Ja, okay, wir probieren es mal. Und da fehlt mir halt eine halbe Strafe. Brücke, Brücke, Kapitän, und Silber, ne? Platt. Ja, so. Ja, können wir have three long Blas for our guest farewell, please? So schön hat es bei dir noch nie geklappt. Und noch mal! Ja, so mit dem Tüfon, das ist ja auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen. Ja, so mit dem Tüfon, das ist ja auch ein bisschen.